Hallo, schön, dass Sie unsere Internetseite besuchen. Nehmen Sie sich doch etwas Zeit und ich zeige Ihnen etwas über unsere schöne Residenzstadt Laubach am Rande des Vogelsberges in Mittelhessen. Im Hintergrund sehen Sie eins unserer Neubaugebiete mitten im grünen und das könnte der Apfelbaum in Ihrem Neuengarten sein. Hier befinden Sie sich in unserer historischen Altstadt mit Ihrer 1200-jährigen Geschichte. Plätschernde Brunnen, idyllische Ecken, Laubach, einfach eine Reise wert. Hier unser Schlosspark, welcher Ort für zahlreiche Veranstaltungen ist. Wie zum Beispiel im hessischen Blues Festival, La Villa Cotta Garten- und Landhaustagen und vielem mehr. Im Hintergrund sehen Sie das Schloss der Grafen zu Solms-Laubach, welches ebenfalls ein Kleinod für Laubach ist. Jetzt haben Sie einen klitzekleinen Eindruck von unserem Laubach gewonnen. Ich würde mich freuen, Sie hier oder in unseren anderen acht malerischen Ortsteilen einmal begrüßen zu dürfen. Ja, das stimmt. little Espa questo Kolleg ja every Ass und vi